So Leute, kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner, Supporter, Unterstützer, der diese Folge möglich gemacht hat und das ist niemand geringerer als GoSpring und GoSpring ist eine Marke, die verschiedene Hilfsprodukte für den Erotikbereich liefert, also jetzt wird es kuschelig und der eine oder andere kennt das schon, man ist so begeistert, dass man schon nach einer Minute die Hose wieder anhatte und fertig ist und dann hinterlässt man eventuell einen etwas enttäuschten Sexualpartner, aber da gibt es Hilfe, Till? Ja und zwar das GoLonger Spray oder das doppelt so hoch dosierte GoLonger Spray Plus und Leute wirklich, das kann doch nicht sein, wenn man schon mal schön den Nagel der Freude einschlägt, dann soll er doch nicht gleich mit dem ersten Hammerschlag verschwinden, das macht doch keinen Sinn, Da muss doch einfach, ich weiß, ich weiß, stopp, ja das kann man seriös nennen, das heißt dann Erektile Dysfunktion oder vorzeitiger Samenerguss, aber das muss einfach nicht mehr sein, man kann den Männern von heute vermitteln, dass sie nicht alleine mit diesem Problem sind und es gibt eben halt Hilfe in Form dieser wundervollen Produkte und GoSpray machen das so, lieber Atze, in Zusammenarbeit mit führenden Ärzten bieten die ausschließlich medizinische Präparate an, deren Wirksamkeit durch klinische Studien bewiesen ist Und wenn du jetzt was bestellst, Diskussion wird groß geschrieben Das ist wirklich ganz wichtig, ich kenne das selber, war ja lange sehr schüchtern, das ist ganz gut, wenn man da nicht irgendwo in der Apotheke unbedingt stehen muss Es ist ein medizinisches Produkt, gibt es in Apotheken, aber man kann sich es auch zuschicken lassen Genau und Behandlung und Lieferung laufen total diskret ab, das ist eine seriöse Plattform und da gibt es viele geeignete Produkte für alle Altersgruppen Ja Und die entsprechenden Präparate werden von einem Urologenteam verschrieben, also das ist alles ganz völlig in Ordnung Ja und wir haben für unsere HörerInnen was rausgeholt, weil auch Frauen können das ja kaufen, um eventuell durch einen kleinen Hinweis da so eine Behandlung vornehmen zu lassen Also es gibt einen Gutscheincode und das ist Cousinen5, Cousinen5, wenn ihr den bei gospring.de slash vorzeitiger Samenerguss slash golonger minus spray eingebt Also müsst ihr nicht aufschreiben, das gibt es bei uns auch in den Shownotes Ja und zum Abschluss nochmal, das Golonger Spray wird in Deutschland von führenden Ärzten entwickelt und hergestellt Es ist frei von Nebenwirkungen und mit einem angenehmen Eukalyptusaroma angereichert Also Leute, ran an den Golonger Ja, ich glaube das wird eine gute Saison Weiter geht's, weiter geht's Zärtliche Cousinen Sehnsucht nach Reden Mit Atze Schröder und Till Hoheneder Ich hab mal in Augsburgen fair Master seen Ich hab mal Grillmaster seen Stimmt, ja Ach meine Güter, ist das schön Es ist wieder soweit, ich höre die Stimme meiner Wahl Ich höre die Stimme meiner Wahl Ich grüße den Rüsselbeauftragten der hanseatischen Proktologengilde Pöseldorf Den Vorsitzenden des Ethikrats Des freien Ejakulationsverbandes Kamm und Klinix e.V Den gesunden Menschenverstand im Schneckenhaus der Toleranz Den einzigen deutschen Weltstar Der dank seines respektvollen Auftretens noch ungehindert durch die Fußgängerzone von Halesiel flanieren kann Ich grüße meinen Herz allerliebsten Freund Atze Schröder Hallo, hallo Herzlich willkommen Auch ich grüße dich Auch ich grüße dich hier von dem Kutter Möwe 3 Ich bin zugeschaltet über Norddeich Radio Jetzt kommt erstmal die Sturmwarnung für die Nordsee Anschließend Wartezeiten an der Grenze zu Polen Und danach Weihnachtsgrüße für alle Seemänner, die nicht bei ihren Familien sein können Mein lieber Till Ach, ich bin ja so froh Wieder in deinem Land zu sein Ja Du weißt ja, Mallorca Die fremden Gerüche Die Speisen, die Gewürze, die Getränke All das fordert doch geradezu Monte Zuma Zu einem Kämpfchen heraus Ja, dieses Orientalische Dieses Orientalische Unsere Mägen sind es ja nicht gewohnt Nein, so ist es Allein diese Eindrücke Dann diese unerträgliche Hitze Hatte allerdings sehr viel Kontakt mit Einheimischen Und gut, dass ich den einen oder anderen lokalen Dialekt spreche Sonst wäre eine Verständigung gar nicht möglich gewesen Natürlich alles in Deutsch, ist klar Die Insel der Deutschen, das Lied der Deutschen Genau, nicht Helgoland Mallorca Da bin ich zurück Bevor wir jetzt einsteigen Ich habe mich schnell noch hingesetzt Und uns, den zärtlichen Cousinen Und auch den bezaubernden Cousinen So heißen ja unsere Fans Ja Ein Gedicht zu schreiben Aber erstmal hier für uns beide Ich habe Monika Das muss aber jetzt auch langsam mal klappen Ja So, ja Du weißt doch, wenn hier ein Gedicht kommt Gibt es automatisch Ein bis fünf Glas Riesling So Ja, nein, ich bin nicht sauer Ich bin enttäuscht So Ja komm, du bist ein ganz sauberhaftes Wesen Wirklich Du bist die schönste Frau der Welt Ja, so Und so schlau So schlau bist du Anna So Ich habe das Gedicht Zärtliche Cousinen genannt Aha Einsam Sinnen wir beiden Alten Die Gunst der Stunde Spinnt und spinnt Die Geschichten füllen sich mit Gestalten Die auf ewig geboren sind Der Sturmwind bläst Die schrillen Lieder Schlucht zerein Weh und wild Aus dem Flor umfüllten Rahmen nieder Schaut Ein lächelnd Cousinenbild Ein Blues So leicht wie eine Feder Keith Richards war direkt dabei Mein Gott Es ist Till Hoheneder Ein guter Mensch Er isst gern Ei Bitteschön Warte Bravo Großartig Zustimmung Ich nehme die Ich nehme die Wahl an Und war Auf die Endung mit dem Ei Bin ich praktisch echt wirklich ein bisschen stolz Du weißt du weißt du weißt du weißt du weißt du weißt du dass ich als großer Eier Fan Natürlich Ich hoffe da war alles drin Blues Keith Richards Ja es war wahnsinnig ist ja Es war wahnsinnig Gestalten die für verewigt sind damit ist ja dein literarisches Geschick angeteast worden Ich glaube ich habe dich da ganz gut abgebildet oder Wahnsinn wahnsinn du weißt das Leben begann für uns an Bord ja erst als ich dir den Eierkocher geschenkt habe Das ist absolut richtig Seitdem bin ich dem Ei auch wesentlich mehr zugeneigt als es in meinem früheren Leben der Fall war Ich komme ja aus einer Zeit als es noch hieß ein Ei pro Woche Ja und nicht pro Tag Nicht pro Stunde vor allem wie bei dir Ja ich liebe Eier man kann gar nicht genug Eier essen Hervorragend Ja es war wirklich alles dabei Und ich bin ja auch froh ich habe die zahlreichen Glückwunsch-Telegramme bezüglich Platz 7 Horst Lichter Sehr gut Neues Buch Bestsellerliste Ich habe das alles wohlwollend vernommen Und freue mich natürlich auch wahnsinnig darüber Immer wieder immer wieder schön Ja auch von mir Glückwunsch und natürlich ein extra Ei Ja natürlich also von daher fand ich diese Elogie praktisch auf mich wunderbar Es ist es ist Ist das schön gewesen Sag mal apropos ist das schön gewesen Wieso bist du denn jetzt überhastet aus Mallorca Von Mallorca wieder abgereist Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt Was war da los meine Damen und Herren Ne ich hatte einen Job in Berlin Dann sind wir direkt nach Berlin geflogen Und eine Übernachtung in einem ganz schrecklichen Hotel Da reden wir sicher gleich nochmal drüber Gerne So was finde ich ja immer gut Und ja dann weiter nach Hamburg am nächsten Tag Und ja es ist ja auch mal schön wenn es mal wieder ein bisschen kühler ist Und mal ein bisschen Regen runterkommt Herrlich Ja das ist ja der mildeste November seit Wetter Seit Aufzeichnung der Wetterdaten Ja irgendwie verändert sich das Wetter gar nicht Es bleibt einfach so oder Ja es ist einfach Du kannst die Winterreifen drauf lassen Das hat auch was Schönes Sagt man ja auch von Ostern bis Ostern soll man die drauf lassen Das ist völlig richtig Das ist völlig richtig Von O bis O Ey das ist wirklich Das ist alles wirklich so absurd Warst du denn jetzt noch bei Rolf Konntest du bei Rolf noch Ach oh Gott Um eine frische Dorade essen Himmels Willen Wenn es nicht so traurig wäre Hätte ich dir das Bild geschickt Ich habe die Windrose fotografiert Es ist nicht mal mehr Werbung dran Alles weg Zugenagelt Bretter davor Ja Und zwar nicht zugenagelt Wegen seiner neuesten erotischen Eskapaden Ich glaube einfach Also ich habe mich so ein bisschen erkundigt Was denn da los ist Bei den Nachbarrestaurants Und es hieß einfach nur Nö der ist weg Der ist weg Und dann habe ich in Botavara gegessen Das war bisher sowieso immer das beste Restaurant Da in der Gegend Aber wenn du Sag mal so Palma und Umgebung gewohnt bist So wie wir die letzten Jahre Und fährst dann nochmal wieder zur Ostküste Calador und Co Das ist so ein bisschen wie früher In die DDR fahren Okay Ich ahne was du meinst Ich war bei Kalle In Pura Vida Ja da hattest du mir das Foto ja geschickt War toll wie immer Sehr drüber gefreut Ja Dann versucht so einiges abzureißen Von da eben Cala Figuera bis Puerto Colom Aber Ja das ist Sag mal alles etwas handfester Ja 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 Volkstümlicher Folkloristischer Das hat ja auch durchaus mal Seinen Reiz Natürlich Wunderbar Das kann man doch Aber gut Wir hoffen natürlich Dass es Rolf Trotzdem gesundheitlich gut geht Und auch wirtschaftlich Ja Aber es ist ja Wir beide sind ja eh immer so ein kleiner Verfechter Der Geschichte Ja du Es wird nie wieder so wie es mal war So ist es Und das ist ja auch in den meisten Fällen gut so Ja ich hatte Also mit Tim Melzer nochmal gesprochen Und der war damals auch mal bei so einem legendären Abend bei Rolf dabei Und der meinte auch Mensch das können wir doch mal wieder machen Äh aber Also selbst wenn er geöffnet hätte Hätte man wahrscheinlich gesagt Ne lass mal die alten Geschichten nicht antasten Das war alles schön so wie es war Und Ja 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 Erinnerst du dich wie wir Äh beim zweiten Buch Nochmal hingefahren sind Und äh Oder war es beim ersten Buch Ich weiß nicht Da sind wir auch schon mal wieder hingefahren Und dachten Das wäre die Idee unseres Lebens Ja Und er wird uns jetzt Ein Spruch nach dem anderen reindrücken Ja Und äh Es war überhaupt gar nicht so Er stiefelte da schlecht gelaunt durch den Laden Äh Und wir waren die Dreiviertelstunde gefahren Haben mürrisch unser Schnützel uns reingekloppt Ja Und äh Ja Das Einzige was er damals gesagt hat War irgendwie Da war doch Champions League Ne Ja da muss dann Ja da muss dann auswechseln Oder irgendwie Ich weiß gar nicht mehr Ja Ich glaube es ging um Kimmich Der Der Folge Wie hieß der nochmal Schiri Jako Sforza Oder wie hieß der nochmal Nee 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 Shakiri 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 Genau Er spielt jetzt bei Liverpool übrigens Unter Jürgen Klopp Ja und er entzündete sich glaube ich an Shakiri Dass der gar nichts bringen würde Und da hast du noch gesagt Ja aber der Shakiri spielt doch gar nicht schlecht Und er ignorierte das völlig Und bölkte einfach quer durch den Saal Ja da muss er dann auswechseln Ja macht dir jetzt nicht so richtig viel Sinn Ne macht es auch gar nicht Ja Aber das war auch das Einzige woran wir uns da hochziehen konnten Ja Das macht nicht viel Sinn Und da sind wir eigentlich auch ziemlich betrübt wieder abgehauen Ja Aber sagen wir es mal so Wolf ist eine der großen Persönlichkeiten der Zeitgeschichte Zumindest in Kalador Ja Und da muss man auch gnädig sein Das ist Persönlichkeit oder Das ist Persönlichkeit Und Charakter Charakterstärke Werden wir auch jetzt nicht mehr daran rütteln Wir behalten ihn so in Erinnerung Ja Als legendären Siebener Als Vollstrecker des Siebeners Der eine frische Dorade aus dem FF beherrscht Sowohl aus dem FF beherrscht Als auch aus dem Nichts zaubern kann Nennen wir ihn Zusatz Dann habe ich halt ein bisschen mehr gemacht Ja Nennen wir ihn den Siebenender mit der Gold Dorade Ja Aber dann wo wir gerade kulinarisch sind Können wir das Kapitel auch direkt schließen Dann war ich wieder im Ritzi Ritzi Ist wieder geöffnet Wahnsinn Top alle wieder da Alles am Start Ist das schön Baschkim sieht toll aus Dem hat diese Pandemie Pause richtig gut getan Also total erholt trainiert Macht jetzt Yoga Also Top Typ Dann der legendäre Service Unten im Ritzi Wunderbar Schmeckte wie eine Eins Dann habe ich Und jetzt ganz ganz liebe Grüße Wirklich Also Ja Ich glaube ich habe sogar Einen blauen Flecken am rechten Arm So hat er mich immer gedrückt Wenn er es mir gesagt hat Liebe Grüße Bestell den Till Bitte schön Liebe Grüße Vom Andi Oh Der Andi Das lässt mein Herz wieder höher schlagen Wunderbar Oh Mensch Ey ich habe schon gesagt Wenn wir das neue Buch schreiben Ey da müssen wir aber Da müssen wir aber auch mal wieder Nach Malle eine kleine Session Schreibsession machen Ich halte das nicht aus Ich muss auch wieder da Ja Musst du auch Mit dir Ich muss mit dir im Ritzi sitzen Und das alles genießen Ja Diesen herrlichen Ausblick Und ich freue mich schon auf die Leute Auf den Antonio Auf den Andi Auf die Franzi Ach geht das wird schön Jetzt pass mal auf Oben Also das ist ja jetzt Auch begrenzt geöffnet Oben in der Ritzi Lounge Aber DJ Franzis Mann Liegt wunderbar auf Ja Jetzt darf man aber nicht tanzen leider Aber jetzt war noch Robin Schulz da Letztes Wochenende Robin Schulz hat es sich nicht nehmen lassen Im Ritzi mal so ein halbes Stündchen aufzulegen Ich meine der Mann kassiert hunderttausende Gage für den Abend Und da liegt der in der Ritzi Lounge oben einfach auf Das gibt es doch gar nicht oder Ja Aber das zeigt ja It's the place to be Ja Unvergleichlich Unvergleichlich Ja auf jeden Fall Andi sagt Du sollst ganz schnell mal wieder mitkommen So Ja Mach ich auf jeden Fall Andi Das ist versprochen Den Jägermeister Den ersten wie immer Den trinken wir Den zweiten Ab in die Geranien damit Ich hab sie alle getrunken Ja Ja Natürlich Alter Sag mal pass auf Du wirst es nicht glauben Ich habe Sitze hier Letzten Samstag vorm Fernseher Und ahne nichts Böses Ja Was kommt jetzt Was kommt jetzt Die Uhr schreitet zu fortgeschrittener Stunde Es war Ein Uhr Es war nicht Mitternacht John Wie Dieter Thomas Heck sagen würde Sondern es war schon eine Stunde später Es war ein Uhr morgens Und ich werde auf einmal gewahr Dass irgendwie so eine 70er Schlagernacht Nonstop Auf WDR läuft Nee Im Fernsehen Nee Und ich habe die nächste halbe Stunde Praktisch im Schockzustand Vor dem Fernseher gesessen An Umschalten war nicht mehr zu denken oder Es war nicht mehr dran zu denken Weil das gezeigte Elend so groß war Das war wirklich Ich konnte es Ich konnte gar nicht anders Ich musste hinschauen Vor allen Dingen Schlimm genug Dass ich fast alles Wort für Wort mitsingen konnte Und die Gestalten nochmal Ich habe Es ging dann irgendwann los mit Freddy Breck Freddy Breck Der Da 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 Bianca Oh Gott wie lange habe ich den Namen Bianca schon nicht mehr gehört Großartig Ja und vor allem Wie lange hast du zu Recht nicht mehr dieses Lied gehört Ey Und wie er dabei Ey Jeder Psychologe würde diesem Mann Komplett irgendwas hochgradig gefährliches Mit Sicherheitsverwahrung Attestieren Wenn du den Blick gesehen hattest Wie er bei Bianca immer Nach oben geguckt hat Um dem vermeintlichen Chor zu lauschen Achso Ja das ist aber gelernt Das ist gelernt Der Mann ist 107 oder Ja aber da Ich meine das waren natürlich die alten Aufnahmen Achso Achso Das waren ja die alten Aufnahmen Aber Bianca ist ja Teil einer Operette Eigentlich Ey du ich Egal Ja stimmt Egal wessen Teil sie ist Ob sie ein Teil von Frankenstein Oder einer Operette ist Freddy Breck ist auf jeden Fall das Monster Das kann ich dir sagen Klingt da Klingt da leichte Kritik mit Ey dieser Blick Von diesem Anfang der 70er Ey wirklich Das ließ mir das Blut in den Adern gefrieren Ja aber das war doch eine Idealbesetzung Oder So dann kam Bernd Klüver Oh der Klüver der Bernd Bitte Bernd Und ich habe noch Wir zitieren Dieter Thomas Ich habe ja noch gesagt Bernd bitte Fall mir da bloß Dicht runter Die Treppe Weil er auf Mallorca An seinem Apartment Eine sehr steile Treppe hatte Ja und das war dann leider auch Der Endpunkt seines Lebens Ja Er fiel dann irgendwann Dann steht Bernd Klüver in so einer Kirche Anfang der 70er Oder ich kann es gar nicht sagen Ob es eine Kirche oder ein Gemeindesaal war In so einem samtigen Anzug So das Gesicht Er hat ja immer so ein leicht aufgedunsenes Gesicht gehabt Ja Mit einem sehr starken Testoskin Mit Testokinn und Grübchen Und steht da Und macht natürlich Playback Voll Playback zu Der kleine Prinz Der kleine Prinz Ja Ey das Ganze so skurril Weil die Kamera immer wieder auf ihn Und er spielt dann auch mit der Kamera Und dann kommt so der Kameraschwenk Auf die Leute Die da in diesem Mittelalterlichen Saal Oder in dieser Kirche sitzen Und diese Leute gucken alle Stumm Keiner lacht Total Es war so skurril Das hättest du auch im Horrorfilm Einbauen können Das war Ey Ich war Und dann kam Als nächstes Maffei Mit du So bist du Nur du Nur du Und wenn ich gehe Dann geht nur ein Teil Von mir Da hatte er noch Da hatte er noch diese hohe Stimme gehabt Ja Wahnsinnig hoch Ja Und es war unglaublich Dann kam Vicky Leandros Mit einem Ihrer zahlreichen Titel Und ich wusste Dass es ein kompletter Irrtum ist Zumindest von ihrem künstlerischen Werk Die Frau auf einer positiven Seite einzuordnen Hoffmann und Hoffmann Himbeereis zum Frühstück Rock'n'Roll im Fahrstuhl Ey Shoutout an Töne Der uns die Nummer immer wieder vorgeschlagen hat Ey Ey Wirklich Da war ich schon kurz davor Wirklich Steine auf dem Fernseher zu werfen Ja Um Himmels Willen Ach nee Das war Brunner und Brunner Wo einer mal aus dem Fenster gesprungen ist Ach man weiß es auch gar nicht Das ist Ich weiß es auch nicht Himbeereis zum Frühstück Rock'n'Roll im Fahrstuhl Und dann kam Udo Jürgens Ja Mit griechischer Wein Griechischen Wein Und ich Und da habe ich es mir noch mal überlegt Leute ganz klar Ich möchte das hier noch mal sagen Nein 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 Schlager war der Feind Punkt Und ich will da nix von hören Nein Vicky Leandros mag nett sein Der ein oder andere auch Aber diese Lieder Grau Grauenhaft Ja Ja aber griechischer Wein ist doch ein Meisterwerk Ach ist doch einfach ein Scheißlied Ey Punkt Ja das ist sofort Ich hörte das Munkel Als ich durch Straßburg Nachts nach Hause ging Durch Er hat Er hat ja immer dieses Er hat ja immer dieses Udo Tremolo Das ist ja auch dieses Er saß am Klavier Und sagte zu ihr Du Ich muss leider gehen Ey da werd ich wahnsinnig Ey da werd ich weiß Ey wir hatten damals bei Till und Obel nicht umsonst in den Boulevard Nachrichten immer diese Ja Udo Jürgens wurde heute beim Sonntagsgottesdienst in der Kirche gesehen Seine neue Freundin wurde konfirmiert So hab ich den Mann hinterlegt Als einfach ein Schlager singenden Typen Der sich an etwas zu jungen Mädchen Äh Berauscht hat Erfreut hat Berauscht hat Und der erzählte Er erzählte sogar noch ein Erzählte hier wie Gemeinsamer Freund von uns Erzählte Verbürgt die Anekdote von einer Der ist wiederum mit einer Frau befreundet Die damals als 15-Jährige In der Garderobe Von Udo Jürgens Landete Weißt du Verschmitzt Kamillentee Bademantel Und Er ihr wohl Dann auch Erwachsen gemacht hat Ja Sie aber Das wohl Dann als 15-Jährige abgelehnt Hat Und er dann aber auch Ganz Gentleman mäßig Gesagt hat Ja dann Dann eben nicht Oder Dann eben halt doch Nur eine Tüte Flips 17 Jahr Blondes Haar Ja Sing das mal heute Ja du Ich kann dir nur sagen Schlager Nein Und ich lasse mir das von niemandem einreden Der Schlager Toll ist Ich habe Ich habe ganz klar Die Parole heißt hier wieder für mich Zero Tolerance Ja aber wie du eben schon sagst Es gibt ja in jedem Genre Gibt es ja von bis Und das ist dann vielleicht einer der Besseren Das Gro ist Um es Mal so ein bisschen Nett zu sagen Einschlagen Das ist ja auch Das ist ja auch Gut da können wir jetzt auch sagen Reggae Da sagt er Ich möchte Reggae gut finden Und dann kommt er dir mit Inner Circle Und singt Alalalalong vor Wo ich bereit bin Ey wirklich Ja Ja aber die haben eben auch Gute Songs gemacht Wie Radio Afrikaner Und so Ja Aber das war natürlich In der Spätphase Wollen sie noch mal ein bisschen Geld verdienen Im Jahr Alalalalong Da kommen wir ja hinterher auch noch in der Werbung drauf Girl I wanna make your swag Ja ganz genau Ganz 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 genau Nee aber wirklich Mir ist dann noch mal klar geworden Ich habe das alles früher gesehen Mit dem Schlager Aber ich habe es damals wirklich Ich fand es damals scheiße Und ich finde es heute noch scheiße Ich kann da nichts Nicht sehen Punkt Ja Was kann mir schon geschehen Du weißt Ich liebe das Leben Dann vielleicht ein kleiner Kleiner Gag zur Überleitung Ich weiß gar nicht Zu was wir überleiten Aber Du wolltest doch noch von so einem Hotel in Berlin erzählen Ja ja warte Aber ich habe Ich habe so einen halbschlafen Film gesehen Mit Pacino Al Pacino Folgender Dialog Er geht an die Theke und sagt Ein John Daniels bitte Der Barkeeper sagt Das heißt Jack Daniels Und er sagt nur Wenn du ihn kennen würdest Würdest du ihn auch John nennen Ich dachte schon Ich dachte jetzt schon Er hätte so Pacino mäßig Ihn einfach irgendwie An den Haaren gepackt Den Kopf auf die Theke gedonnert Irgendwie Zurück geschmissen Und sagt Gib mir verdammt nochmal Einen John Daniels Aber das ist doch genau ein Gegner Dein Geschmack Ja ja Ich liebe so was Ich liebe so was Wenn du ihn gekannt hättest Würdest du ihn auch John nennen Gefällt mir sehr gut Aber ich war in Berlin Hab da jetzt eine Nacht übernachtet Und hab das Mandala Hotel gebucht Aha Ein Fünf Sterne Hotel Am Potsdamer Platz Aha Hab gedacht Leute Leute Eine Chance für die Liebe Das Mandala Hotel Die hat noch gerade so ein Sonderangebot Aber Top bewertet Bilder vom Feinsten Kommen da an Auch alles wunderbar Toller Rezeptionist Zimmer gut Und dann Fing die Scheiße an Also Zimmer War wie gesagt auch noch gut Dann Abendessen Ja brauchst den Kleinkredit Allerdings Keinen großen Hunger Weil da kommt dann So Die Idee von Irgendetwas Beziehungsweise nichts im Schlafrock Mit sich selbst überbacken An Einer Idee von Kartoffeln So Aber am nächsten Morgen Das war das allergrößte Weil mittlerweile hatte man im Zimmer Auch schon festgestellt Ja hier stimmt's nicht Da stimmt's nicht Da ist nicht übergestrichen Und so Also erster Eindruck super Zweiter Eindruck Katastrophe Aha Und dann morgens das Frühstück Da Normales Frühstück Kontinentales Frühstück Sprich Kaffee Tee Vielleicht einen Saft Und ein bisschen Gebäck Und Brötchen Mit Konfitüre Kostet 35 Euro Das kontinentale Frühstück Das ist ja nun Wirklich nicht zu teuer Für ein Brötchen Und eine Tasse Kaffee Und ein bisschen Konfitüre Jetzt willst du da Wollt nicht meckern oder Nee Ich hab gedacht Wo ist der Haken Nein Wo ist der Haken Verdammt nochmal In den Sparfuchs In den Sparfuchs rausgekehrt Zwei Cappuccini bestellt Für jeweils sieben Euro Ja Das war schon mal 14 Euro Dann ein Brotkorb Ich sag mal Auch mal zehn Euro Aber nur der Brotkorb Oder mit Inhalt Das kommt gleich Ich würde jetzt Erstmal sagen Nein Kein Inhalt Ja sowas ähnliches Wie ein Inhalt Und Käseplatte So Woran denkst du Wenn du Käseplatte liest Dann denke ich daran Dass Zumindest So eine Scheibe Mittelalter Gouda Vielleicht ein bisschen Französischer Weichkäse Ja Vielleicht noch so ein Butterkäse Und Frischkäse Natürlich auch Wenn ich schon von Käseplatte Dann denke ich auch Ein bisschen Frischkäse Kann nicht schaden Also So ein Vierer So ein Vierer Arrangement Ja 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 genau Vier bis Fünfer Vielleicht so ein Blauschimmel Ja oder so ein Rotschimmel Rotrandkäse Oder sowas Genau Mit ein bisschen Feigensämpf vielleicht Schön garniert Ja ja Träubchen in der Mitte Genau Herrlich Also jetzt kam das Ganze Arrangement Inklusive der Käseplatte Angepriesenen Käseplatte Das war ein Teller Da war so ein Käse So aus dem Lidl Direkt aus der Packung gezogen Und einmal durchgeschnitten Also eine Sorte Ja Man hatte dann so Zwölf kleine Scheiben Käseplatte Fertig Punkt Ach eine Sorte Zwölf Ja ja Aber dann noch Weißt du So ein Käse aus der Packung Vom Lidl So Scheibletten im Prinzip Ja ja Aber einmal in der Mitte Durchgeschnitten Ja herrlich Ey Leute Finger weg Mandala Also Diese Enttäuschung Ich war froh Als ich im Bordbistro Der Deutschen Bahn saß Dass du hatte Oder hat es Da war es sogar geschlossen Ja Sag mal Warum machen das Hotels so Was glaubst du Ist da ein System hinter Ist man sich dessen Gar nicht bewusst Oder Das ist Berlin War Das ist Berlin Achso Okay Das ist Berlin So in Berlin Berlin ist ja der umkämpfteste Hotelmarkt in Europa Es gibt ja auch nirgends so viele Fünf-Sterne-Hotels Ich glaube 28 bis 30 Fünf-Sterne-Hotels Gibt es mittlerweile in Berlin Und Tja Fast alle Scheiße Würde ich mal sagen Ich kann dir das auch Anhand des Ritz-Karalten Mal schildern Und zwar War ich damals der erste Gast Im neu eröffneten Ritz-Karalten Am Potsdamer Platz In Berlin Alles war toll Man kriegte erstmal Eine Führung Durchs Hotel 1350 Lüster Teilweise klein Bis groß An den Decken Im Bad Du brauchst gar keinen Kulturbeutel mitnehmen Weil da lag alles Vom Rasierzeug Zahnbürste Es lag alles Da lagen Leckerchen Auf dem Tisch Da stand Wasser Super So Und ab da Ab dem ersten Besuch Von jedem Besuch an Wurde es immer beschissener Irgendwann lag auch Im Badezimmer Gar nichts mehr Ich glaube Nicht mal mehr Seife Weil solche Leute Wie meine Mutter Die ganze Seife klauen Ja Bei den Preisen Sollte das ja auch Wohl drin sein Ja Und dann Es wird immer und immer weniger Und ganz zum Schluss Wirklich Gar nichts mehr Und dann wurde der Room Service Auch so teuer Da bin ich nachts aufgestanden Weil ich Weil es etwas drückte An der Warenausgabe Und Da habe ich mir An so einer Stange Die aus dem Bett Rausschaute vorne So eine Starstange Gott sei Dank Ist es die Stange des Betts Die rausstaucht Ja genau Habe ich mir dann das Schienenbein Noch aufgeschlagen Und dann habe ich Am nächsten Morgen Habe ich mich mit dem Hoteldirektor zusammengesetzt Und habe mich auch gar nicht beschwert Und habe nur gesagt Ja so folgende Sachen Sind mir aufgefallen Und wo könnte man denn Jemals Zahnpasta kaufen Gibt es hier irgendwo Eine Apotheke Ich bräuchte eine größere Tube Bepanthen Und da habe ich so mein Hosenbein hochgezogen Ja Und er schaute da Auf so eine blutende Wunde Und da habe ich gesagt Pass auf Wir machen es ganz einfach Keine Beschwerde Alles kann so bleiben Wie es ist Ich komme nicht mehr Wirklich nicht Ich verspreche dir Auch nie wieder zu kommen Und dann macht ihr doch Euer Ding hier Und was hat er da gesagt Abgemacht Nee Ach der So als Hoteldirektor Versuchst du ja den Gast zu halten Und noch was auch Das war auch wirklich Oder ist ein netter Kerl Aber ey Das kannst du doch nicht bieten In so einem Laden Das Ritzgehalten Vom aller 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 feinsten Vor allen Dingen Andere Ritzgehalten Sind ja richtig top Ja Und der Laden Ist Okay Gut Das soll es jetzt auch sein Ich will Vom Adeln Habe ich ja schon erzählt Auch da Finger weg Keine Topper Matratzen aus den 70ern Wo Erich Honig Auch noch reingefurzt hat Also ich übertreibe jetzt Ist ja klar Ja natürlich Wir sind ja auch Eine Comedy-Show Da darfst du auch übertreiben Da bitte ich sogar darum Dass du übertreibst Ja Es ist Ich meine Das ist nach wie vor Die Liste ist ja langweil Mancher mag sich jetzt auch Sicherlich sagen Was stellen die sich so an Aber ich glaube Mir geht das immer so Ich habe in meinem Künstlerleben Einfach in 100.000 Hotels gepennt Und viele sagen ja einfach nur Mir ist das egal Ich muss da ja nur drin schlafen Und ich sage eben immer Da ist eben halt genau Ich sage mein Gott Das ist mir nicht egal Gerade weil ich da Ja eben nur schlafen muss Und ich bin Ich stelle mich halt wahnsinnig an Weil Ich möchte in etwas In einem schönen Zimmer schlafen Und Es kommt ja auch immer darauf an Wie viele Hotelübernachtungen du Genau Hast Und Teilweise habe ich ja bis 180 Hotelübernachtungen Ja Im Jahr Das ist mein zweites Zuhause Und dann Will ich nicht in so einer Schangelbude Wo der Furz Vom Vorgängervertreter noch Im Federkehren hängt Ja Ich weiß genau was du meinst Das ist bei mir Irgendwann mal Auch mal vor zig Jahren Da war ich mit Jonas unterwegs Da waren wir Didi Didi Hallerforden hatte So eine Sendung Des Wahnsinns Kesse Leute Allein schon der Titel Allein schon der Titel war so Dass ich schon auf 180 war Dann hatte man mir vorher Gar nicht gesagt Dass das so eine Art Wettbewerb war Ich war da aber schon als Solo Künstler Also Wettbewerbe Die hasse ich ja auch Wie die Pest Dass halt irgendwie Da so ein Publikum Entscheiden muss Wer war denn der lustigste Und Naja Auf jeden Fall Kommen wir da hin Das erste War schon mal Nachmittags Soundcheck So Und ich war Es kam wie üblich Ja machen sie mal Ihren Machen sie mal Ihren kompletten Stand-Up Und da habe ich gesagt Ne mach ich nicht Ne Ja Warum nicht Ja ich sage Weil ich keine Lust habe Jetzt hier Einfach Den kompletten Stand-Up Zu erzählen Ist doch gar keiner da Ne Ja der Regisseur Braucht das für die Kamera Probe Ja ich sage Pass auf Ich bewege mich da mal Dann bin ich da Und dann bin ich da Ein riesen Theater Was für ein Arschloch So ungefähr Und was weiß ich Und ich habe dann aber Einfach trotzdem gesagt Ey Leute ich habe keinen Bock Hier den Text aufzusagen Das ist einfach Käse Ist das ne Naja auf jeden Fall Kam dann noch so eine Aufnahmeleiterin zu mir Und meinte Da musst du dir mal vorstellen Sagt er dann zu mir Junger Mann ich weiß ja nicht Ich möchte Ihnen nur mal Eins sagen Wir sind hier nicht in einem Theater Wir machen hier Fernsehen Wenn sie jetzt hier Das erste Mal Im Fernsehen sind Und Oh Gott Mutig Mutig Das war der Moment Wo Jonas Uns einfach trennte Jonas mein Tourbegleiter Schob sie einfach weg Und sagte einfach Till geh einfach Geh mal weg So Weil ich natürlich Ich war kurz vorm Platzen Und dachte mir Ey was weißt Ey ich habe schon Fernsehen gemacht Da warst du Ey egal So dann sind wir Zum Hotel gefahren Und das war die Krönung Des Ganzen Ich komme einfach Da oben rein Ich wusste gar nicht Ob das Milchglas war In dem Hotel Die Scheiben Oder Ob die einfach nur Vollgeschissen waren Von Tauben Oder Ob die blind waren Weil In der Doppelverglasung Einfach schon Keine Ahnung Irgendein Dunst Aus Tutankhamus Grab Schon sich Widerspiegelte Ich sah Einfach nur Diese Fenster Das Das Bett Diese Tausend Macken Ich habe einfach Die Tür zugeschlagen Und habe zu Jonas gesagt Wir gehen Und der Ja Moment mal Ich sage Jonas Nein Es ist vorbei Wir gehen Es ist vorbei Es ist ja Es ist wirklich Es ist vorbei Wir gehen Warum Du musst doch nur hier schlafen Ich sage ich Ich bin es leid Es ist hier Punkt Und dann haben wir uns schön Irgendwo in so einem Kudamm Ich weiß es gar nicht mehr In einem neu Aufgemachten Nobelhotel Eingebucht Die hatten dann auch gleich Noch so Begrüßungsraten Es war einfach Nur herrlich Und von da ab Habe ich beschlossen Ich gehe nicht mehr In diese Scheißhotels In diese Schungelhotels Egal ob da schon Ray Charles geschlafen hat Was ich da alles Schon gehört habe Da sind sie Der Erste Der sich beschwert Ey wirklich Die Fenster Hätten zu sehen müssen Ey Das war Sag mal Till Alles schön und gut Aber Was war mit dem Wettbewerb Da bei den Filmmäusen Ja Ach du Du kennst mich ja bescheiden Wie ich bin Den habe ich gewonnen Den habe ich gewonnen Den habe ich Den habe ich wirklich gewonnen Das war ja doch Das Obskure Nachdem ich mich dann Wirklich geweigert habe Den Text aufzusagen Ja und Jonas Den weggezogen hatte Ja praktisch Aber wirklich Und ich schon Das Hotel Aber dieses neue Hotel Hatte mich dann so inspiriert Ja Der sich so richtig Von alleine gelassen Und da kam natürlich Auch noch der Meister Selber Meine Damen und Herren Der Gewinner Heute Abend Nachgucken Des Wahnsinns Kessel Leute Die Holen Die So ist er ja So ist er ja So ist er ja Und da gibt auch noch Andere viele Günstige Hotelketten Genau Da ist sie oft besser Als in diesen Alten Abgeschangelten Bruchbuden Genau Das hat mit Snob Gar nichts zu tun Das hat einfach Was damit zu tun Mit Preis-Leistungs-Verhältnis Zum Beispiel Und Ich kann ja Kann ja durchaus Damit leben Wenn einer Sein Hotel Schlicht Dafür aber Sauber Und mit einem Guten Bett Einrichtet Habe ich Keinerlei Probleme Ja Ist ja Bei Motel Ja genau Schon Kann man echt Oh Mann ey Was hat man Also für eine schnelle Übernachtung Hab man da alles schon Erlebt oder Wahnsinn Ey Ich hab tatsächlich War Jetzt sag ich mal Bewusst die Hotelkette Nicht dazu Es war auf jeden Fall In Hannover Und ich komme ins Hotel Mach die Tür auf Und da liegt schon Ein Typ im Bett Hat sich die falsche Karte gegeben Und manipulierte An seinem Full Teufelchen Und ich komme rein Und er hat sich so erschrocken Ich hab mich auch erschrocken Aber er hat sich so erschrocken Dass er so ein Klappmesser gemacht hat Und ich bin sicher Diese Zerrung Hat er jetzt nach 10 Jahren Immer noch nicht auskuriert Aber das ist doch auch schockierend Oder Ja total Total Das ist ja totales Eindringen In die Privatsphäre Geht ja nicht Und Das gibt's doch gar nicht Und er ist am Spargel stecken Das Oh je Oh Mann Sag mal Weißt du übrigens Dass ich gerade zur Zeit Sehr glücklich bin Nee Wieso das denn Wie konnte das denn passieren Das ist ein Ding Und zwar Meine Deine Freundin Deine zauberhafte Freundin Welche gleichzeitig auch meine Herzallerliebste Gattin ist Du weißt Ja Sie hat das sanftmütige Gemüt Einer Gereizten Klapperschlange Sternzeichen Skorpion Und sie hat eine überzeugende Art Also sagte sie zu mir Sie hat Du weißt ja Sie hat immer diesen Do-it-yourself-Drang Und dann hat sie Paletten schon vor langen Jahren Zu Solange-Möbeln Umfunktioniert Im Garten Ja Jetzt hieß der Auftrag Die müssen jetzt Weiß gestrichen werden Ja Also Was hast du damit zu tun Ja Jetzt kommt's ja Sie hatte damit Den sanftmütigen Nachbarn Beauftragt Der aber zur Zeit Auch hier in der Nachbarschaft Vielen anderen Leuten hilft Die gerade Krank sind Und was weiß ich Rasenmähen Hier Unser Nachbar Ist so ein bisschen Knick gerade So ein bisschen weg Der ist hingefallen Der kann den Rasen Nicht selber mähen Auf jeden Fall Hieß es dann auf einmal Der gute Philipp Hat jetzt nicht mehr Zeit Das zu Ende zu machen Also Wurde mit einem Blick Klar gemacht Dass der Nagel der Freude Doch in Zukunft Wenn er überhaupt Eingeschlagen wird Von mir Doch Erst dann Zum Zugekommen Wenn diese Paletten Weiß sind So Ja Dementsprechend Habe ich mich gefügt Und Aber angefangen So zwei Böcke Schön Plane darunter Und war Hier Am streichen Wie der Also mit System Ja Wie der Weltmeister Mit der Akribie Die mir zu eigen ist Und dass es kein Leichtfertiger Auftrag ist Und was soll ich dir sagen Ey mein Rücken Ich bin fast Oh Gott Ey Ich bin kaputt gegangen Dann hab ich Ja wie viel war denn das denn Ja Eine Wie eine Palette Hast du nur gestrichen Ja Ey Weißt du auch Wie Wie so eine Euro Palette Das ist ja Die haben Jetzt haben die die noch nicht mal vorher Abgebeizt Oder angeschliffen Das hält also kaum Das musst du vorlackieren Dann musst du warten Bis es trocken wird Dann musst du nachlackieren Und wenn man das natürlich so Unpräzise macht Wie meine Vorgänger Und da einfach drüber huscht Ja Das war natürlich für mich kein Konzept Also hab ich das stundenlang Und gemacht Und getan Und ausgebessert Und du glaubst es gar nicht Wie eine Palette stundenlang? Ja Und Was hast du denn da gemacht Picasso? Ja Ganz genau Ich hab das ernst genommen Und hab eine Palette hingelegt Das Ich muss das fotografieren Wo du wirklich sagst Ja Donnerwetter Die gehört aber ins Museum Of Modern Art Und Und dann bin ich reingekommen Und hab gesagt Meine liebe Zauberhafte Gattin Ich möchte Eins feststellen Ich bin Ich werde nie wieder In meinem Leben Was streichen Aber Ich bin sehr 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 glücklich Dass ich das gemacht habe Auch wenn mein Rücken Gerade durchbricht Und ich vor Schmerzen Kaum noch gerade stehen kann Ja wie viele Stunden Warst du denn da Involviert? Bestimmt drei Stunden Bestimmt Bestimmt drei Stunden Alles in allem Ja Aber ich muss dir Wirklich mal was sagen Ich hab so einen Wahnsinnsrespekt Vor mal Leuten Die malochen Ne Jetzt mal ohne Scheiß Jetzt mal wieder Ganz real Malermeister Straßenarbeiter Egal was du nimmst Weißt du mit welcher Aufzählung ich jetzt Gerade geregnet habe Malermeister Fahrbahnlackierer Schiffsanstreicher Ja Egal Deckentapezierer Egal was es ist Wir reden Leute Die wirklich körperlich Arbeiten müssen Ne Und zwar morgens Um sieben Bis Acht Neun Stunden Durch Und so Ich hab da so Ein Wahnsinnsrespekt Vor diesen Leuten Ne Das ist ja wirklich Man ist das alles Anstrengend Und Wenn man das alles Wirklich Ernst nimmt Und ganz genau Macht und sowas Alles und nicht Einfach so Dahinflegelt Und darum Hab ich mich Immer Schwer getan Wenn jemand Zu mir sagte Also Ihre Arbeit Stelle ich mir Wahnsinnig schwer Vor Weißt du Für mich ist das Einfach Was ich mache Keine Arbeit In dem Sinne Ich hab einfach noch Diese klassische Trennung Einfach Ich hab dir doch Auch immer gesagt Dass das was du Machst Keine Arbeit Ja und jetzt Glaube ich dir Das endlich Na bitte Bitte Ja ich meine noch Also mich kannst du Auch mit einbeziehen Wir machen nichts Was Irgendwie Also wir sind Eigentlich völlig Nutzlos Ey wenn ich da An unseren ehemaligen Drama denke Der seit 16 Malermeister ist Und die sind ja alle Teilweise mit 50 Komplett fertig Durch Ja Der Rücken Kaputt Die Knie Kaputt Dann haben die Meterweise Staub Eingeatmet Dämpfe Ein Wahnsinn Ich hab so einen Respekt Vor diesen Leuten Die richtig ihr Leben lang Hart malochen Und dabei noch Pfeifend auf der Leiter stehen Und Überkopf Ganz genau Ganz genau Und jetzt kommt der Umkehrschluss Und da hab ich wieder gemerkt Wie dankbar ich Für mein Leben bin Und Wie gut mir mein Leben gefällt Und Wie stolz Ich dann im Umkehrschluss Darauf bin Dass ich mir Selber Dieses Leben Erarbeitet habe Weißt du was ich meine? Ja Dass du dich komplett Durchgewurschtelt hast Ja Wie immer du das nennen willst Aber Das ist meine Entscheidung gewesen Ich hab da niemanden für Ja Wie heißt das so schön Wir sind im Kriegsfalle Nicht mal als Geisen verwendbar Das ist alles richtig Ne Aber ich möchte auch hier Westernagen zitieren Ich hab für alles Bar bezahlt Jeder Schuss hat laut geknallt Und ich will lieber Verbrennen Als ein leiser Furz Zu sein Und deshalb Bin ich Das ist schön Ja Das gefällt mir Ja Ich kann dich total verstehen Und ich hab Tatsächlich auch immer Dieselben Gedanken Hier nebenan Ist eine große Baustelle Wo da Aus aller Herren Länder Maloch wird Und ich Ich würde wahrscheinlich Drei Tage durchschlafen Wenn ich da einen Tag mitmachen müsste Ja genau Ich würde Mittag schon einschlafen Und ich hab da auch Totalen Respekt vor Wenn jemand sowas macht Ja Aber wie gesagt Auf der anderen Seite Ich verteidige auch Das Leben was ich fühle Führe Mit Zähnen und Klauen Denn es ist auf meinen Mist gewachsen Ja Ich bin nicht gefördert worden Ich Ich hab mir das alles Selber erarbeitet Und In meiner eigenen Entscheidungen getroffen Und hab oft genug Auch Auf der Nase gelegen damit Aber wenn ich heute tatsächlich Bis neun oder zehn Uhr Im Bett liege Hab ich da keinerlei Probleme mit Ist alles okay Ja Ich finde man sollte eben halt Jeder Nur immer wie wir es gerade gesagt haben Entschuldigung nochmal Wirklich Und das finde ich gut Du solltest den Respekt vor den anderen nicht verlieren Ne Ja Vor den Leuten die wirklich hart malochen Und das finde ich gut Das finde ich wirklich gut Das klingt gut Apropos Respekt Ich war auch auf Malle nochmal bei Micky Krause Auf Eigentlich auf einen Kaffee Aber du kannst dir denken Wie das wieder endet Ja Mit einer Polonaise zu seinen eigenen Liedern Ne 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 Er hatte dieses Haus komplett renoviert Und Er hatte ja bei Let's Dance mitgemacht Das war jetzt quasi so Das ist Cool Down vom Let's Dance Ja Und Micky hatte aber für irgendeinen guten Zweck So einen Halbmarathon gelaufen Und er ist ja so ein begeisterter Läufer Ja Und ich So Das gibt es glaube ich auf der ganzen Welt nicht Jemand der gerade einen Halbmarathon läuft Sich kurz duscht Und mit dir sofort Sekt und Herbers trinken Und zwar So Vehement Vehement Sehr gut Aber er ist gut drauf Total Total gut drauf Wie war denn die Erfahrung Hat er ein bisschen was von Let's Dance erzählt Wie war das für ihn Ja Ich hab's ja auch verfolgt Ich hab mir die Shows ja immer angesehen Er hat sie wirklich richtig gut verkauft Also dass er Jetzt kein Tänzer ist Da hat er selber in der Sendung immer gesagt Er hat immer gesagt Wählt nicht dem Besten Wählt mich Das war so sein Spruch Und er hat Er ist eh so dünn Hat jetzt Bei Let's Dance noch mal 5 Kilo abgenommen Du musst wohl unheimlich viel trainieren Ja und ich hab's auf der Matscheibe gesehen Und er hat sich wirklich Wirklich Von seiner allerbesten Seite gezeigt Und mit Sicherheit einige Fans Die Er vorher nicht hatte dazu gewonnen Das Hat er echt gut gemacht Er war ganz stolz auf Micky Ja Ich meine Gut Das ist ja sowieso Es gibt ja einmal wie gesagt Die Kunstfigur Micky Krause Und dass das ein feiner Kerl Ist der dahinter steht Das wissen die Leute Die mit ihm zu tun haben Ja sowieso In dem Falle Ja Aber ist ja schön Und ja Alles richtig gemacht Ja das freut mich Schön Ich hoffe den sehen wir auch Bald mal wieder Ja der Micky Ja der Micky Der Micky Sag mal Kennst du eigentlich noch LED Lars? LED Lars Das sagt mir was Das sagt mir was War das nicht der War das nicht dieser Spitzentyp Der dir diese Nein Sag es nicht Es war War es bernsteinfarbenen Lampen LED Lampen Ja Ambergold Ambergold Und zwar Wann waren die doch auf Wie nennt man das noch Auf deinem Vordeck da Ja und das Boot damit ausgibt Herrlich Ja das sah gut ausgibt Dadurch wurde das Boot Endgültig zum schönsten Boot Im Hafen So und der LED Lars Kennst du den noch Mit langen Haaren Der hatte doch so Haare Bis zum Arsch Ja ganz genau So und der hat dann Der hat ja in verschiedenen Sehr erfolgreichen Heavy Metal Bands gespielt Und auch weltweite Turnien gemacht Ja Und Naja Sein Sohn hat immer gesagt Papa Wie Söhne dann so sind Papa du musst die Haare abschneiden Als der Junge noch klein war Papa du Und dann hat er gesagt pass auf Junge Wenn du 18 wirst Dann schneide ich mir Dann darfst du mir die Haare abscheren Ja Ach So da wurde der Junge 18 Und da hat Lars gesagt pass auf Ich muss noch eine Welttournee machen Wir sind jetzt gerade noch In Japan unterwegs Ich kann mir die Haare nicht abschneiden Ich brauche das auf der Bühne Ja Und ja gut alles klar Aber sobald die Tournee zu Ende ist Wird es gemacht Und dann hat der Sohn Hat hier in den tanzenden Türmen gearbeitet In dem Restaurant Restaurant Klaut Ja Und dann ist Lars dahin Hat seinen Sohn quasi bei der Arbeit besucht Hat was gegessen Und Der Sohn hatte das gar nicht so richtig auf dem Zettel Dass er jetzt die Haare abschneiden darf Und dann hat Lars einfach im Restaurant Den Rasierer rausgeholt Und hat gesagt so Weg damit Und dann hat sein Sohn ihm Im Restaurant eine Glatze geschnitten Hier in Hamburg Gibt's nicht Er hat eine geile Story Weil er sagte Ich wollte unbedingt Mein Versprechen einhalten Was ich dem Kind gegeben hatte Und da siehst du auch mal Was das für ein super Typ Jetzt kommt's Ja War Wie war Ja Lars ist vor vier Wochen Tödlich abgestürzt Er war ja Ultraleichtflieger auch Das war sein Hobby Ja und er ist abgestürzt Tot Ach du Scheibenkleister Ja Aber umso schöner Alter Dass ich die Anekdote hier noch Diese schöne Anekdote Über seine Liebe zum Sohn Auch erzählen kann Och Mensch Ey das Ey weißt du was Atze und da sag Ich sag's doch immer wieder Ich sag's immer wieder Das Leben genießen Ja Jeden Tag leben Nicht auf morgen verschieben Ey was du heute kannst besorgen Das verschiebe nicht auf morgen Es ist so Ja Ich meine Wir blenden den Tod ja sowieso Immer aus Ne Und ein guter Guter Freund von mir Ist auch gerade so ziemlich An der Endstation Seiner Krebserkrankung Und da ist es auch wahrscheinlich Nur noch So bitter Ich will das eigentlich Gar nicht sagen Aber es ist eigentlich Tatsächlich nur noch Eine Frage der Zeit Ähm Ist es natürlich bei uns allen Nur eine Frage der Zeit Wann wir den Löffel abgeben Ja Und ähm Da hab ich auch Noch neulich drüber Beim Spazieren Drüber nachgedacht Wie oft wir immer sagen Ne das hebe ich mir auf Äh das ist eine gute Flasche Äh ne die trinken wir Später mal Die hebe ich mir auf Für was ganz Besonderes Aber eigentlich ist doch Jeder Tag was ganz Besonderes Wenn ich das wieder höre Ja 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 Ich hab äh Da kommt mir so ein Spruch von Ein Zitat von Erich Fromm In den Sinn Wer bin ich Wenn ich bin Was ich habe Und dann verliere Was ich habe Hm Passt jetzt Nur im weitesten Sinne Aber äh Ich glaub das ist die Grundlage Für alles Und das Das ist glaube ich die Quelle Aus dem sich das aus Speis Was du gesagt hast Ähm Nitsch hat gesagt Werde der du bist Und wenn du der Wenn du Das schafft ja keiner zu 100% Aber wenn man da nah dran ist Wenn so diese Vorstellung von einem selber Und das wirkliche Ich übereinander liegen Dann äh Führt man so oder so ein erfülltes Leben Und da geht es nicht drum Noch mehr Reichtümer aufzuhäufen Äh sich für die Rentenzeit aufzusparen Äh der beste Tag ist heute Ja Der beste Tag ist heute Ja das finde ich Ich bin gestern spazieren gewesen Ja Und kommen Es war auch eigentlich schön Weil den ganzen Tag war es eigentlich scheiße Und ich hab die Hab ich ja Wie die Paletten hatte ich endgültig abgehakt Und sowas alles Und sagte ich mir Ah jetzt ist gerade mal kein Hagel Und was weiß ich Jetzt gehe ich einfach So 8 Uhr rausgegangen spazieren Und bin extra ganz weitläufig Über die Felder hier gegangen Ja Und war schon eine Stunde unterwegs Ja Komm an einem Feld vorbei Und auf einmal Kommen aus dem Waldstück Zwei junge Rehe Ob es Böcke waren Man weiß es nicht Ich hab keine Ahnung Aber auf jeden Fall keine Kids mehr Ja Und Ey Rasen Über dieses Feld Hin und her Vier Minuten lang ungefähr Ne Keine Ahnung Was die da so übermütig gemacht haben Jagen Spielen Keine Ahnung Und ich hab einfach nur da gestanden Und hab mir das angeguckt Und war total fasziniert Die haben sich auch gar nicht stören lassen von mir Ne Einfach Vor meiner Nase Rauf und runter Und da bin ich total beseelt weitergegangen Und dann hab ich noch gedacht Ach das hättest du eigentlich filmen müssen Ne Ich fand jetzt gerade die Formulierung so schön Vor meiner Nase Rauf und runter Ja Ja Vor meinen Augen Ja 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 herrlich Herrlich Ja auf jeden Fall Ja Auf jeden Fall Hab ich dann Hättest du das mal gefilmt Ne Und dann hab ich gesagt Ne du hast es genau richtig gemacht Du hast es nicht gefilmt Ja Du hast es dir einfach angeguckt Und du wirst es dir merken Du brauchst den Film dafür nicht Ne Und da hab ich auch noch gedacht Ja Dass ich das manchmal so schrecklich finde Irgendein bekannter Rockstar hat das neulich auch gesagt Ich glaube es war Lenny Kravitz Ja Der gesagt hat Es ist so schrecklich Ich fange irgendein Lied an Und 10.000 Handys Äh Leuchten mir entgegen Ja Es ist einfach nur schrecklich Sagt er Es ist warum Warum genießen die Leute nicht einfach die Musik Ja Ich mach es tatsächlich so Bei richtig schönen Momenten Fotografiere ich bewusst nicht Ja Oder Film nicht Ja Ja Weil du es dir selber auf die Festplatte brennen musst Genau Und da ist es ja auch gut aufgehoben Da ist es in Watte gepackt In warmer Milch Mit Honig gehütet Und die Ecken werden abgeschliffen Wunderbar Ich liebe solche Gedanken In meinem Kopf abzuparken Ja Ja Das ist so Und äh Erinnere dich dran Ich weiß gar nicht in welchem Programm das war Äh Schnellflöckchen Hast du schön Valeria Eine meiner Lieblingsnummern Hast du so Hast du so schön gesungen Schnellflöckchen Weißröckchen Die Nummer haben wir ja nur geschrieben Ja Weil ich vorher Sozusagen Beim Adventsingen Ja Äh Von links und rechts Einen Ellbogen an die Schläfe gedonnert bekommen habe Genau Genau Stimmt Und total Den Rest des Tages Kopfschmerzen hatte Weil Alle Weil alle Idiotischen Eltern Natürlich ihre Ihre Blagen Beim Singen Fotografieren müssen Ich war Kamera Video machen müssen Ich war der Einzige Der mir das angeguckt hat Und Zur Belohnung habe ich dann links und rechts zwei Ellbogen an die Schläfe gekriegt Ey Eine meiner Lieblingsnummer Wenn nicht sogar die Lieblingsnummer Ja Von mir Ja Die ist ja auch geil Einfach Und vorher hatte ich So gern gespielt Gäschneit Gäschneit Es heißt Es heißt Es heißt Geschneit Das wissen sie schon Schallido Und vorher Und vorher war es so Dass ich mit meiner Gattin in Düsseldorf war Und Ich sehe das Bild noch vor mir Wie dieser Wie dieser Jaust einfach nicht von diesem Schaukelpferd absteigen will Auf diesem Karussell Und dieser Typ davor steht Und immer brüllt Jäsen Jäsen Komm runter von dem Pferd Jäsen Und dieses Jäsen Gebrulle Der wusste Der wusste gar nicht Ich wäre so gerne hingegangen Aber er war viel stärker Also ich hätte gerne gesagt Sie wissen schon Dass das Jäsen heißt Sie wissen schon Ist auch gut Jaja Natürlich Ach Gott Der ist so wie unser Öffes Oh Unser Öffes Ja kennst du die Geschichte nicht Also Nein Mutter Holt irgendwie Kind Vom Kindergarten Der kommt nicht so vor Und fragt die Kindergärten Wo ist unser Öffes Bitte Ja unser Öffes Wo ist der Da hatten sie das Kind wohl Yves genannt Also YFES Yves So wie Yves Saint Laurent Aber in der Familie Hat das keiner geschnallt Da haben sie den Jungen Wo bis zum fünften Leben Sie einmal Öffes genannt Sag mal Gibt es eigentlich nur diese Kosmetik Wie hieß die nun mal Yves Rocher Ja die gibt es auch Die gibt es auch Gibt es das noch Ja Da gab es ja früher auch In jeder Fußgängerzone Gab es irgendwie so einen Laden Wo man stand Yves Rocher Und das klang einfach damals Sehr Welt Ja Sehr nach Welt Fand ich Ja was meinst Was diese Marken wert sind Milliarden Die können die gar nicht aufgeladen Wenn so eine Marke erstmal aufgeladen ist Und nicht durch irgendwelche Umstände kaputt gemacht Dann Ja werden sie nicht abschaffen Aber Wo wir gerade bei Marken sind Ey Ty Ich wurde Ja Ich wurde eben schon wieder so gedemütigt Pass auf Ich bin eingeladen Warum Was ist da los Bei Pazzi's Mann Uwe wird 50 So Ja So und die machen so eine White Party Dressed in White Und ist ja klar, dass ich in kurzer Hose komme Und wenn ich kurz sage Dann Dann meine ich kurz Das ist richtig So jetzt habe ich eingegeben Bei allen möglichen Portalen Tennis 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 Hose Kurz Oder Erstmal Tennis Hose Shorts Herren Auch geil Dass es immer noch Herren und Damen steht Tennis Hose Kurz Herren Hör mal Dass die mir keine Burka angeboten haben Das ist auch alles Also die kürzeste Hose Hört so knapp über dem Knie auf Das ist doch für uns keine kurze Hose, oder? Äh, nee Das sind Das sind Dreiviertel Shorts Also wie gesagt Sie hört über dem Knie auf Nicht unter dem Knie Äh, das ist Das ist absurd Du musst eingeben Tennis Hose Shorts Herren Guillermo Villas Und ich bin sicher Dann kriegst du diese Dann kriegst du diese Shorts Wo man nicht wusste Hat er Einfach Einen Tennisball in der Tasche Ja Oder hat er tatsächlich so dicke Eier Genau Oder freut er sich einfach nur Dass er den letzten Satz gewonnen hat Für alle Die Guillermo Villas nicht mehr kennt Das war ein Tennisspieler Äh Also gefühlt Zwanzigerjahre Es muss so Achtziger gewesen sein Ich denke mal so Ich sag mal Achtensiebzig Bis Na Achtensiebzig Fünfensiebzig Hat er noch Ja Also nee Nee, nee Also achtensieb Also Tatsächlich Ich würde mal sagen Ohne Wikipedia zu bemühen Sechseniebzig Bis Vierensiebzig Oder so Ah, okay Sag mal Wie hieß noch der Manager von Ich komm nicht drauf Der Rumäne Der Manager von Boris Becker Der frühere Äh, das war Äh, ein Am Blick Äh, ich hab's gleich Äh, Ion Äh, das war Ion 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 Äh, war der Äh, war der nicht Argentinier Ja, 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 ja So ein argentinischer Sonnyboy Der hat wahrscheinlich Auch alles umgegraben Was nicht bei drei über dem Netz war Man, mann, 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 die alten Namen Äh, Ion Ich hab' ich so Richtung Dortmunder Westfalen Die steht voll mit Autos Ja, und da frag ich dich trotz der Erinnerung Das konntest du nicht mitnehmen, gell Ja, hab ich ja eben gesagt, ne Erich Fromm Ja, da sind wir wieder Was, wer bist du, wenn du nichts mehr hast Um mal die Kurzform zu sagen Naja, egal Auf jeden Fall Kommen wir zur Hose zurück Das ist doch eine Frechheit Dass man heutzutage keine echte kurze Hose mehr kaufen kann Die Spieler auf dem Platz Du siehst es auch Die ziehen die Kniestrümpfe bis übers Knie Und dann geht die Hose aber bis über die Kniestrümpfe Ey Leute, wirklich Das hat doch mit Fußball nichts mehr zu tun Ja, kannst du Trainer sein, wer du willst Ja Das ist einfach Ja, ich find das auch ganz, ganz schlimm Das sind keine kurzen Hosen für mich Muss ich auch ganz klar sagen Also ich verstehe dich da völlig Sie muss kurz sein, sagen wir mal so Leistengegend Ja Und sie muss einen Ticken zu eng sein, oder? Ja, völlig richtig So, dann sind wir absolut einer Meinung Das freut mich sehr Ja Und wir betreiben eine Entsexualisierung Entkörperung der Gesellschaft Wirklich, Spieler kriegen doch eine gelbe Karte Wenn sie ihr Trikot ausziehen Das gibt's doch alle gar nicht Ja Ich mein, für die Frauen muss doch auch ein bisschen was geboten werden Oder nicht? Und für entsprechende Männer Ja, ich kann das alles Wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt Das ist ja sowieso Oh Gott, Alter Da darfst du Man muss doch mal dran denken Wir sind im Wahlkampf Ja Wir sind im Wahlkampf Ja Und übrigens Wie sich unsere Gesellschaft entwickelt Sehr schön Hast du das verfolgt Wie Annalena Baerbock Tatsächlich die ganze Woche Gefragt wurde Was sie denn mit ihren Kindern macht Wenn sie Kanzlerin wird Ja, da habe ich tatsächlich einen Artikel zu gelesen Ja Und ihr Mann kümmert sich um die Kinder Wo du denkst Was soll die Scheiße? Ja Was sind das für dämliche Fragen? Wir sind im 21. Jahrhundert Fragt irgendjemand Armin Laschet Wer auf seine Kinder aufpasst Ja, das ist Oder fragt Ey, das ist Das finde ich manchmal unglaublich Dass unsere Gesellschaft Wirklich noch auf so einem Stand stehen geblieben ist Dass man Frauen in der Politik fragt Ja, was machen sie denn mit ihren Kindern? Wie? Ihr Mann passt dann auf die Kinder auf? Das ist eine Nachricht wert Das gibt es doch gar nicht, oder? Du, letzte Woche hat Petra Gerste als Nachrichtensprecherin aufgehört Ja Und sie hat es ja geschafft Wo ist sie? Tagesthemen oder heute Journal? Ich weiß gar nicht genau Heute Journal Heute Journal So, Petra Gerste ist die erste Nachrichtensprecherin Die es bis zum Rentenalter im On geschafft hat 65 Okay Alle anderen mussten vorher abtreten Und die Männer können Die können eine Glatze kriegen Die können Schmierbauch kriegen Ein Dreifachkind Die können einfach komplett in Unwürde altern Vor der Mattscheibe Kein Problem Du kannst schön weitermachen Bis du 65 bist Aber Frauen Wie gesagt Petra Gerste ist jetzt die erste Alle anderen hat man vorher In die Redaktion abgeschoben Wahnsinn, ne? Ja Und das kann doch nicht sein Wie du gerade sagst Wir haben 2021 Leute Ey, das darf doch nicht mehr wahr sein Dass man eine Politikerin fragt Wer kümmert sich dann um die Kinder? Ja Das ist echt wirklich ein Skandal Ich meine Ich bin ja eh fasziniert Wie viel Hass So im Netz zur Zeit auch über die Grünen drüber schwappt Da gibt es ja ganz seriöse Forschungen Von ganz normalen seriösen Medien Dass es erwiesenermaßen tatsächlich die Grünen sind Über die am meisten Fake und Lügen verbreitet werden Da montiert man sich irgendwelche Memes zusammen Und dann steht dann angeblich Dass die Grünen Das Grillfleisch verbieten wollen Dass die Hunde verbieten wollen Und was weiß ich Nicht alles Und interessanterweise bin ich bei der Recherche darüber gestoßen Da hatte irgendeiner bei Facebook So ein Meme mit Robert Habeck gepostet Wo er sagt Grün-Chef Habeck Vaterlandsliebe Fand ich stets zum Kotzen Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen Und weiß es bis heute nicht So Dann hatte natürlich einer das gepostet Und dazu geschrieben Dann soll er doch abhauen Der miese Verräter Ja Wo ich auch schon wirklich dachte Oh Gott Das hat man früher doch schon immer gesagt Irgendwie Wenn hier einer von den Langhaarigen Wenn du damals irgendwas gesagt hast Dann geh doch rüber in den Osten Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, 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 ja Und jetzt sind wir zig Jahre später Geh doch rüber In der Kurzform Ja, sagt man Sagt man Der soll abhauen Der miese Verräter Ey, wieso denn überhaupt Verräter? Erstmal habe ich dann recherchiert Ja, das hat er wirklich gesagt Und zwar hat er das geschrieben In einem Buch Das heißt Der linke Patriotismus Ja Ja Träminus was anfangen Pass auf Ich muss da leider wieder mit Udo Jürgens kommen Man macht ja nichts Weil ich ihn ja schon oft gesehen habe Habe ich hier schon öfter mal erzählt Weil Freunde von mir immer die Technik da gemacht haben Udo! Ja Entschuldigung Ich mag sein Tremolo übrigens Aber Ja, natürlich Ja, das ist so vertraut einfach Das schafft in mir so eine Wärme So eine Vertraute Also auf der hat einen Song gemacht Lieb Vaterland Magst ruhig sein Das ist doch von Simmel Ja Das ist doch ein Buch von Simmel Das ist verfilmt worden Es gibt auch einen Song von Silly Der heißt Lieb Vaterland Aber Udo Jürgens hat auch einen Song gemacht Der heißt Lieb Vaterland Okay Und da sagt er Ich sage nur so ein paar Zeilen daraus Lieb Vaterland Du hast nach bösen Stunden Damit meint er natürlich den Krieg Aus dunkler Tiefe einen neuen Weg gefunden Ich liebe dich Das heißt Ich habe dich gern Wie einen würdevollen Etwas müden alten Herrn Ich kann dich nicht aus heißem Herzen lieben Zu viel bist du doch schuldig uns geblieben Die Freiheit Die du uns allen gleich verheißen Dürfen die Aushärwelten nur genießen Jetzt kommt der Refrain Lieb Vaterland Magst ruhig sein Die großen zäulen Wald und Ufer ein Und Kinder spielen am Straßenrand Lieb Vaterland Finde ich schlau Sorry Sorry Wer hat das geschrieben? Udo Jürgens Der Text auch? Warte Da muss ich mal eben Der hat ja oft auch andere Texte gehabt Ja Da muss ich mal eben googeln Aber Er hat es lange im Programm gehabt Das weiß ich Und Das fand ich gut Achso Ja hier ist Ich habe es gefunden Autor des Liedtextes Ist Eckhard Eckhard Hachfeld Ach Eckhard Hachfeld Ja ja Die Komposition ist von Udo Jürgens Und die ist auch sehr interessant Wenn du mal Zeit hast Hör mal rein Sehr interessant gemacht Stopp mal jetzt bitte Eckhard Hachfeld ist natürlich auch derjenige Der berühmte Satiriker gewesen Ja Der aber bitte mit Sahne geschrieben hat glaube ich Und auch das Ehrenwerte Haus Ja siehst du Das ist diese Sozialkritische Phase Von Udo gewesen Genau Wo er viel mit Hachfeld Zusammen gemacht hat Und da muss man einfach Und da muss man einfach aber auch Den hervorheben Und den nicht nur in der Schlagerwelt Verorten Udo hat seinen Arsch schon aus dem Fenster gehalten Ja sorry Ist ja auch in Ordnung Ich sag ja auch nur Ich neb Du weißt Wenn ich einmal über Schlager in Fahrt komme Er hing mit drin Sagen wir es mal so Ist alles okay Ich kann mir das einfach nicht anhören Ist ja auch in Ordnung Aber sag mal Ich möchte noch eins Ich möchte noch eins sagen Ja Wir haben ja unheimlich viele Trauerbriefe bekommen Ja Mit wirklich zum Teil Ich hab hier zum Teil Wirklich in Tränen gesessen Und hab alles gelesen Wir können Das wollte ich jetzt noch an die Cousinen daraus sagen Ich hoffe das hat euch gut getan Uns das zu schreiben Mir hat das auch gut getan Das zu lesen Und dir wahrscheinlich Ich spreche jetzt mal für uns Uns hat das gut getan Das zu lesen Wir danken euch nochmal Wir können die nicht alle vorlesen Weil wir dann Weil wir dann hier alle Tatsächlich Dann 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 heulen wir alle hier eine Runde Das kann ich euch sagen Was da dabei war Also Wir haben das gelesen Nochmals Vielen vielen Dank Dafür Dass ihr uns Da habt teilnehmen lassen Wir Kommen Das nimmt mich richtig mit Auch wenn ich jetzt gerade darüber spreche Aber gut Wir kommen zu den interessanten Geschichten nochmal Ja 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 Und Cousine Siggi hat uns geschrieben Dazu Der lebt auf Mallorca Der schreibt Till hat heute gefragt Wie es aktuell vor Ort aussieht Und ob die Berichte über Armut richtig sind Es fällt durchaus auf An wie vielen Ecken der Insel Die Armut Eingekehrt ist Allein in Palma Habe ich circa fünf Stellen gesehen Wo Menschen Angestanden sind Um Lebensmittel Kostlos abzuholen Ich kenne dieses Belt Aus den letzten Jahren durchaus Jedoch waren die Schlangen Noch niemals So lang Eine Bekannte von uns Die seit 20 Jahren In Palma wohnt Berichtet von hoher Arbeitslosigkeit Und Entlassungswellen Wenn man mit offenen Augen Durch die Stadt geht Sieht man viele geschlossene Geschäfte aus Einzelhandel Und Gastronomie Der Massentourismus Der letzten Jahre War gewiss nicht schön Die Insel Braucht nun aber dringend Wieder Gäste Damit die Menschen Vor Ort Eine Perspektive sehen Ah Interessant Oder Total Total Und Nachdem du es gesagt hast Habe ich mich vor Ort Auch so ein bisschen erkundigt Ich war jetzt nicht da Wo die Schlangen sind Aber Übereinstimmend Sagten alle Die da leben Ja Die Schlangen sind Viel viel länger geworden Es gibt auch viel mehr Stellen Es ist jetzt Echte Armut Auf der Insel Ich habe auch Einige Lokale Gesehen Die geschlossen sind Teilweise mit Brettern Schon vernagelt Einige Geschäfte gesehen Die aufgegeben wurden Da kann man sich ja vorstellen Was da noch dran hängt Wie viele Leute Da arbeitslos geworden sind Und die Versorgung Ist ja nicht Wie in unserem Sozialsystem Sondern Da knallst du direkt Ohne Netz Auf den Asphalt Ja Da ist schon echt Armut Auf der Insel Ich hoffe Ich hoffe Dass da nie noch Eine Welle zurückkommt Und dass es das jetzt war Weil Alle sind sehr freundlich Im Restaurant Also Wahnsinn Das gibt es gar nicht Wie der Service Wie freundlich der ist Und wie sich alle Du merkst auch so insgesamt Wie die Stimmung da gut ist Und alle aufatmen Die Leute gucken dir in die Augen Es wird gegrüßt Du bist als Tourist Willkommen Auch wenn ich keine Echten Shorts getragen habe Und meiner Legende Da keine weitere Fußnote hinzufügen konnte Aber die Insel hat gelitten Ja Ja Interessant Danke Cousine Siggi Zu Ivan Rebov Haben wir noch Eine schöne Zuschrift Ja Von Cousine Thomas Der erzählt von einem Konzert Von Rebov in der Kirche Bin jetzt schon begeistert Ja Mit den Donkosaken Und die Donkosaken Summen sich in der Kirche Schon warm Aber Ivan tauchte Einfach nicht auf Ivan fehlte Und so langsam Machte sich Panik bereit Man suchte die Kirche ab Und die Parkplätze Nichts war Von Ivan Zu sehen In der Sackristei War ja auch nicht zu finden Aber Jetzt Zitiere ich Gegenüber der Kirche Luftlinie 150 Meter Befand sich die Schenke Das ist auch ein geiler Ausdruck Ja Ja Lange nicht mehr gehört Die Schenke Spelunke Ist auch noch so ein Ausdruck In welcher Stadt Fand das statt? Scheiße Den Das weiß ich nicht mehr Das klingt für mich Aber jetzt alles schon Nach tiefstem Ruhrgebiet Auf jeden Fall Befand sich die Schenke Zum gemütlichen Conny Herrlich Jetzt bin ich sicher Das Ruhrgebiet war Geführt von Conny Felensek Ich hoffe ich spreche das richtig aus Felensek Felensek Der Anfang 70 Box Europameister Im Halbschwergewicht war Gut Ungefähr 15 Minuten Nach eigentlichem Beginn Der Veranstaltung Öffnete sich dort Die Tür Conny und Ivan In voller Pelzmontur Kam Arm in Arm Jeder eine Flasche Wodka in der Hand Schwenkend heraus Ivan nahm einen Langen letzten Schluck ging nickend an uns vorbei zu seinem Platz Und sang ansatzlos Die Songs Dritten dick wahrscheinlich Voll wie ein Pisseimer Aber gestanden Es war beeindruckend Wie er das Programm abspulte Ohne sich irgendeinen Fehler zu leisten Und da kam in mir Ein kleines bisschen Schreibt er das Gefühl auf Dass die großen Meister Wie Lemmy Ozzy Clapton Keith Richards Und so weiter Alle auch etwas mit Ivan Rebrov Gemeinsam haben Durst Vor dem Auftritt Ist das geil Cousine Thomas Hat uns das geschrieben Eine wunderbare Anekdote Leute Habt ihr Anekdoten Schreibt sie uns Mail Erzählliche Minus Cousine Ich hab's mal schnell eingetippt Conny Verlensek Konrad Verlensek Bürgerlicher Name Helmut Zibufnik Nee nee Konrad Verlensek Ist ein ehemaliger deutscher Boxer Lebt übrigens noch 42 geboren Super Warte Verlensek Sohn eines Bergmanns Aus Slowenien Das sind Storys Und zehntes Kind Seiner Eltern Wahnsinn Ja 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 Ach Gott Als neunjähriger Bekannte Im Verein SKK Roland Schöningen Mit dem Boxsport Und so weiter Ey Wahnsinn Allein der Oh Gott Ja War er jetzt wirklich Europameister? Deutscher Meister Allemal Ach das ist ja schon Aller Ehren wert Oder Deutschlandhalle In Westberlin Siehste Das waren doch Zeiten Ey der hebt dich Mit einem Schlag Immer noch unter Das schwöre ich dir Wenn es im Boxsport Wenn es im Boxsport Damals interessant wurde Tauert immer die Deutschlandhalle auf Oder? Ja die Deutschlandhalle Genau Max Schmeling Deutschlandhalle In Westberlin Trat er in der Deutschlandhalle 71 Für eine Gage Von 10.000 Mark Gegen Europameister Piero del Papa Aus Italien An Und gewann Nach 15 Runden Nach Punkten Also Europameister Hier Ne Leute So 10.000 Mark Das war viel Geld Damals Das sei Immer Alle Beträge Die von früher Sind immer versetzen Mit dem Immer versetzen Mit dem Nachsatz Das war viel Geld Damals Ach so Jetzt habe ich es In Schöningen In dem Ort Schöningen War er neben seiner Boxlaufbahn Auch als Kneipenwirt tätig Ehrlich Arbeitete vorher Als Bergmann Das ist im Landkreis Helmstedt Naja Okay In Niedersachsen An der Grenze Zu Sachsen-Anhalt So Super oder? Der ist doch Jetzt schon wieder Eine Legende Lass uns T-Shirt machen Mit Conny Wie Conny Felensek Und Ivan Rebroff Zusammen Auf einem Shirt Ich kann mir So richtig vorstellen Wie Ivan Noch kurz Durst hatte Rüber in die Spelunke Da Von Conny Ja Ey Conny Cousine Thomas Pass auf Geh doch mal rüber Zu Conny Und frag ihn doch Mal nach diesem Event Mensch Wir brauchen Da handfeste Informationen Ich gehe jetzt Sogar so weit Conny wird nächstes Jahr 80 Wir beide sollten Ihn besuchen Ja Es sei denn Er sagt sowas wie Wenn die beiden Baggerluten hier bei mir Vor der Tür stehen Und dann haue ich Was auf die Fresse Ja Ja absolut Und selbst dann Würden wir ihn noch feiern Und würden sagen Ja Mensch Conny Wir kommen Komm jetzt Lass uns doch erstmal Eine Flasche Wodka trinken Ja So Till Wir kommen schon Zur Musik Ja Hervorragend Das ist doch wunderbar Ja Was hast du denn da Für mich Was mich Die letzten Tage Sehr bewegt hat War Ist dieses Drama Israel Und Hamas Gaza Streifen Und es geht ja Um die Aksha Moschee Unter anderem Um die Aksha Moschee In Jerusalem Und da gibt es Einen Künstler Den ich schon lange höre Und verehre Ich höre ja nicht Besonders viel Musik Aber den habe ich Immer schon gehört Und das ist Alpha Blondie Alpha Blondie Ist der eigentlich Sedou Conne heißt Ist ein Ivora Der kommt von der Elfenbeinküste 53 in der Elfenbeinküste Geboren Wollte eigentlich Gar kein Musiker werden Ist dann fürs Studium Nach New York Hat da einen sehr bekannten Jamaikanischen Produzenten kennengelernt Mit dem Auf Jamaika Ein bisschen Reggae Produziert Die Bänder gingen verloren Dann musste Sedou Erstmal in die Nervenheil anstrahl Wie man früher sagte Und ging dann zurück Zur Elfenbeinküste Die ja damals auch Von sehr viel Gewalt Gebrägt war Und brachte quasi Den Reggae Nach Afrika zurück Und mit seiner Band Solar System Das erfolgreichste Reggae Band Westafrikas Tourte er glaube ich Schon seit 30 Jahren Ich habe ihn selber Schon mal gesehen In München Und tatsächlich in Paris Und da hat er oft gespielt Im Zenit in Paris Und da gibt es eine Aufnahme Von seinem Hit Jerusalem Und das ist der Song Den ich heute mit auf die Liste Packen möchte Jerusalem Da geht es eben Um die Stadt Und dass man da Zusammenkommen soll Und er selber hat auf Tourneen Immer eine Bibel Ein Koran Und ein Davidstern dabei Jetzt stell dir mal vor Und das ist da noch möglich Ich weiß in Ghana Ist das auch noch so möglich Mutter war Christin Vater war Muslim Und man lebt Man lebt und liebt Ganz friedlich zusammen Und er ist ein großer Versöhner Und ich finde den Song Absolut angemessen Jerusalem Jetzt in diesen Zeiten Ja Ach ja Was ein Elend da Meine Güte Das ist wirklich Aber komm Ich habe auch etwas Und zwar Ich setze dann den etwas Gegen Den etwas Leichteren Gegenpunkt Und ich möchte von Charles Wright Der geschrieben W-R-I-G-H-T Charles Wright Möchte ich den Song Express Yourself Oh Ja Hat Madonna den gecovert? Ne 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 Es handelt Habe ich auch erst gedacht Aber Es ist eigentlich mehr so ein Es ist noch ein funky Song Weißt du So Horns Ein bisschen Jetzt hast du mich schon wieder Ja Es ist Express Yourself Und ich bin über diesen Song gekommen Über einen wunderbaren Film Namens Remember the Titans Ja Mit Denzel Washington Über das erste Schwarz-Weiße Football Team Was glaube ich Irgendeine Meisterschaft gewonnen hat Und das hat es wohl wirklich gegeben Und Denzel Washington spielt In dem Film den Trainer dieser Mannschaft Ja Wo es am Anfang auch sehr um Rassismus natürlich geht Ne Und Aber er schafft es die Schwarz-Weißen Spieler Sozusagen Zu verbinden Und Eine super Truppe daraus zu machen Gegen alle Rassistischen Angriffe Das ist ein super Film Remember the Titans Und da lief dieser Song Und Ich wusste gar nicht viel über Charles Wright Und gar nichts Aber als der Song lief Stand ich auf dem Sofa Und war total begeistert Hammer ey Mit Funk kann man mich immer kriegen Und Ich glaube Ja Ich meine zu erinnern Dass er sogar einer der Vorreiter des Funk war Oder Ja Also es ist einfach Es ist einfach richtig funky zu sein Ja Na bitte 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 Es ist einfach total richtig funky zu sein Ja Funky ist ja auch ein geiler Ausdruck Irgendwie ne Wenn du so sagst Ey man I'm funky Das klingt einfach Oder Give me the funk Lady Yeah Yeah Ja Express yourself Also Da können wir ein bisschen Die Schwere von Jerusalem Ein bisschen Auf Heben Das gehört ja auch immer so ein bisschen Aneinander Ich finde das immer schön Wenn man So ein bisschen was Kontrast hat Wenn man einmal was ernstet hat Aber auch Etwas Wo man sich einfach ein bisschen Gehen lassen kann Herrlich Ja Durch schlechte Laune Wird die Welt auch nicht besser Ne Das kann man wohl So Stehen lassen Meine Damen und Herren Apropos stehen lassen Äh Ja du hast die Impfung drin Und hast jetzt eine Dauererektion Oder was Stimmt das eigentlich Dass man Durch diese Ja Ich möchte dass wir diese Folge Dauererektion nennen Durch Impfen Ja Ey dann tun wir aber was Für die Impfkampagne Ja Ich Meine Perle hat gesagt Ey sollte sich rausstellen Dass Männer noch potenter werden Durchs Impfen Kannst du die Schlange aber mal angucken Ja Aber ich bin sehr froh Gestern ist Auch meine 16-jährige Tochter Geimpft worden Ja Und Hört ist auch gut weggesteckt Super Also Das kann man ja jetzt schon Ab 12 Kann man die Kinder ja schon impfen lassen Mit Biontech Und Ja Das ist doch alles Das ist doch alles sehr schön Das gefällt mir alles sehr gut Und Ob ich weiß nicht Ob ich dadurch noch potenter Ich Du ein Mann mit meinen Vor allem das Wort noch War jetzt gerade schon wieder Ein Mann mit meinen Meriten Ja Mit deinem Testospiegel Was muss der sich über sowas noch Gedanken machen Meine Damen und Herren Natürlich nicht Hier für alle Kleine Anmerkung Till hat so einen hohen Testospiegel Dass wenn wir In einer völlig fremden Stadt sind Hunde von teilweise Fünf Kilometer Hergelaufen kommen Um sich einmal an ihm zu reiben Ich könnte mich schon wieder Nochmal kaputt lachen Die habe ich schon lange Nicht mehr von dir gehört Aber ich liebe ihn nach wie vor Nein Nein ich wollte noch zu sprechen kommen Auf unseren Auftritt in Bremen Ja Wir haben noch Wir haben doch Liebe Cousinen Es ist soweit Wir kommen nach Bremen Arze Schröder Till Hohneder Und zwar am Wir die zärtlichen Cousinen Kommen am 1. August nach Bremen Live auf die Seebühne Ja Ganz genau Und das wird schön Wir freuen uns auf euch Tickets gibt es überall da Wo es Tickets gibt Jeder der Wer das Internet bedienen kann Wird das eingeben können Bremen Seebühne Zärtliche Cousinen Bam Holt euch Tickets Wir freuen uns auf euch Herrlich Ein Weitere zauberhafte Episode Geht zu Ende Leider Ich heule Ich heule wenn wir wieder Vor Live Publikum stehen Ich heule Ja 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 Ich glaube Es geht mir genauso Ich werde auf jeden Fall Für uns zwei weiße Ich werde Julien Movilas anschreiben Und ihn um zwei alte Shorts bitten Ja genau In Originalgröße Genau Und er hatte allen Grund dazu gehabt Die nicht so kurz zu tragen Ja Ich ziehe die dann über das rechte Bein Und du die zweite Shorts über das linke Bein Und dann haben wir es doch Kann doch nur schön werden Ja Tü Ja Macht gut Hatze Mach es gut Und bleib mir gut gewogen Und genieße den Tag Ja Es macht Sinn Zärtliche Cousinen Sehnsucht nach Reden Mit Atze Schröder und Till Hoheneder Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal